Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal HateBunnyTV. Es ist mal wieder Zeit für eine klitzekleine Ankündigung, wie ihr aus dem Thumbnail auch schon entnehmen konntet. Bin ich heute Abend wieder live auf Twitch unterwegs. Um 20 Uhr geht's los, twitch.tv slash hatebunnytv. Und ich tauch mal wieder in die Welt von Anthem ein. Das war beim letzten Mal ganz lustig und mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr so schlecht wie am Anfang. Von daher kommt einfach vorbei und quasselt ein bisschen mit mir und entdeckt einfach mit mir die lustige und echt coole Welt von Anthem. Und ja, habt einfach einen netten Plausch mit mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und wie gesagt, um 20 Uhr geht's los, hatebunnytv auf Twitch. Also twitch.tv slash hatebunnytv. Oh Gott, ihr kennt das ja. Unvorbereitet einfach Kamera an und los. Von daher gibt's glaube ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr vorbeikommt, mir dann vielleicht auch ein Follow da lasst auf Twitch. Und ansonsten mit mir einfach ins Wochenende startet bei einem netten Plausch und einem coolen Game. Und bis später.